Schauen wir mal den Safe. Mal gucken wie viel er haben. Mach mal schön Patronenhöhen. Wohin nicht schlecht, ne? Ja. Zieh. Zieh. Danke. Oh, nett. Hast du noch Platz in deiner Waffe? Denkenraum. Ja, sieht ziemlich voll aus. Zeig mal. Voll. Okay. Dann nicht. Dann können wir hier jetzt auch schon rausgehen. Kohle brauchen. Das ist ja immer Zeit. Okay, haben wir den fertig. Zack. Moment, wir waren nicht auf dem Dach. Nee. Komm. Na doch. Nee. Achso. Doch, natürlich. Natürlich. Wie gesagt, sind kleine Geier da? Doch, genau. Willst du die Autos noch mitnehmen? Ach ja. So. Im Notfall können wir jetzt einfach alles zerlegen. So Rohre und Co. haben wir jetzt wieder sehr viel. So, dann können wir nämlich hier einfach so die Scheinwerfer zerlegen, die Schraubenfedern und das Eisenrohr. Dann können wir weiterfahren. Was ist denn die Ruine, wo eigentlich der Safe rumsteht? Aber das war ja hier nicht, ne? Nee, ich glaube, die haben sie halt irgendwann ja mal entfernt gehabt. Das war ja zu lame, ne? Ja. Die Ruine war gut. Hören wir mal gucken, was haben wir denn hier so Schönes. Guck mal, das hier kennen wir gar nicht, das Haus. Das hier links? Mhm. Das hier. Wollen wir mal reingucken? Ich weiß nicht mal, wo es hier theoretisch reingeht. Lass mal aufholen. Oh, hier ist eine Tankstelle. Waren wir denn da schon drin? Nö. Er ist die Tankstelle. Ja. Was? Hund? Ich hab ihn gerade ge... Wow! Nice. Darf ich mal einen Ballack drauf? Das muss sein. Darf ich jetzt rennen? Mit dem Ding ins Kopf? Dürfte ja nicht mehr viel übrig sein von dem Hund. Ja, das ist so. Wäre ich da nicht gerade ein Zombie? Ach ja, drin. Wäre ich da nicht gerade ein Zombie? Wo geht's denn hier rein? Wo geht's denn hier rein? Was? Oh, wie geht's denn aufhören? Wo geht's denn hier rein? Das ist so. Ach, das ist so. Ich hab mich da nicht aufhören. Ich hab mich, was aber trotzdem nicht erschockiert. Hier bin ich echt immer... Das ist so. Ich hab mich nie vor. da kommt noch wer, aber klingt nicht rennig nein, mori Okay. Hier können wir einige draus holen, ne? Ja, sieht gut aus. Na, dann klopft ihr die Kisten auf. Ist ja nur die Idee hier, wa? Das geht ja dann, glaub ich, noch hoch oder so. So, du lootest dich doch ab, ja? Jo. Oh, ein Malerpinsel. Genau, da ging's noch hoch. Robo und Federn kann ich erstmal zerlegen, ja? Na, Federn kannst du nicht zerlegen. Achso, ja, die Eisenfeder. Schraubentür. Ah, ein Reparatur-Kit. Okay. Ich mach hier grad ein Safe-Null auf erstmal. Ich bin mir noch nicht sicher, was das Frost machen soll. Weiß nicht, ob es halt nur, sag ich mal, Ferala im Grunde verlangsamt. Haben wir's gefunden? Ah. Er versucht's ja nicht mal. So, komm, nehmen wir den Fernsemer auch mit. Okay, wollen wir hoch? Ach, hier hast du doch schon reingeguckt. Ja, die kleinen, ja. Okay. Hast du die Getränke-Dinger hier hinten gemacht? Ja. Gut. Ja. Hast du das? Nein. Wo? Ah, oben. Ich bin draußen. Oh, die komp- Oh, Rea-Ro-Rea-Gar- Coil-Gun Teiler. Du musst mir sagen, wo du hinrindst. Ich bin schnell rausgerannt, weil ich nicht genau wusste, wo's herkommt. Also, es klang nicht so, als würde es von drinnen kommen, und ich wollte nicht, dass wir hier drin von denen. Deswegen bin ich mit der Schrot schnell rausgerannt. Aber irgendwie... Jetzt mal gucken hier. Knit. Knit. Die Abdecken, die nicht viel Eisenrohre. Oh, dann. Die haben hier für Werkbank und für Lenker gefunden. Die machen wir zerkleiner ruhig. Ich glaube die haben wir schon. Dann kriegen wir neue Schriftrollen. Dann kriegen wir die Schriftrollen. Werk Benji-Matic. Zerlegen, ja? Werk Benji-Matic. Ja. Pendel-Bars? Minibars? Brauchen wir ja nicht mehr. Haben wir. Ach so. Leder auch? Schematik? Auch weg. Das war hier noch. Ach nee. Ein Flash... Flashlight habe ich. So und so ein Dach kann eigentlich weg. Das ist so und so. Wir wollen jetzt aufs Dach. Oh wow, nett. Ne, guck mal hinter. Geh mal weiter. Machst du die... 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 Muni-Kisten? Welche machen wir? Ja. Bist fertig? Mit der hier vorne, ja. Für so eine kleine... Wie nennt man es? Werkstatt, doch nicht? So... Ja gut, behalten wir halt. Ah, ist okay. Okay, dann sind wir fertig. Dann gehen wir jetzt zu... Willste? Gut gezählt. So, dann wollen wir jetzt hier runter. Äh, hier, da war das Haus. Ach ja, wir mussten auch gucken, wie wir hier reinkommen. Was haben wir? Wand, 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 Wand. Wand, 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 Wand. Zaunwand. Und... Ha. Okay. Dann müssen wir hier rein, aber das müssen wir dann auch fucken. Machen wir halt. Ja, bitte. Ja, bitte. Das dauert sonst ne Weile. Machen wir mal gucken, wo er ist hier in meinem Bild. Nein, ich hab' nicht ausgepackt. Ich muss die Bauarbeiten. Ja. So, hallo. Schleichst du? Ja. Hier ist ne Hundehütte. Okay. Ich würde ja nen Turm aufstellen, aber dann machen wir ja Lärm, ne? Ja. Das sieht hier hinten aus wie viele Hunde. Solange wir nicht wie bei dem einen Haus alle vom Dach runterkommen. Mal gucken nicht, dass hier irgendwo einer steht. Hey, guck mal wie die Schaukel gebaut ist. Das ist ja cool. Da die Hollywood Schaukel. Okay. Hier ist niemand so weit. Zwei Eingänge. Erstmal Seiteneingang. Okay. Wir gucken erst mal von wo es kommt. Ja. Weil die könnten ja auch von den Fenstern kommen. Klingt nach Holz. Ich glaube das ist hier die Seitentür. Ne, ne, das ist in den Zimmern. Wir warten. Dann zerlegen wir noch ein bisschen was. Ach. Oh, oh oh oh. Oh. Ja. die war schon mal fraal jetzt guck mal die fehlrein rennen trotzdem also du wirst jetzt nicht wofür frost da sein sollte ich das elektro bis jetzt am besten 70 obwohl hier war da 162 war erst mal die türen auf das herauskommen so hallo warte mal ich habe eine idee kann es reinkommen gehen wir erst mal hier links in den keller ok hier ist niemand wenn man zu viel kohle hat oder halt geld guck mal kopf sprung das war eine kerze dann war es halt eine kerze na das war es nun auch nicht okay das war es schon hier unten im grunde gar nicht das obligatorische klo das war mal hier ok zur kiste Das klingt jetzt schon niedlich aus. Wanderhorde. Schaffen wir nicht. Mit der. Da. Ich will nur gucken, dass hier nicht irgendwo durchkommt. Oder rennen wir raus. Sag mal was. Das ist da draußen die Tür. Warte mal, die werden ja schon kommen. Ah, hier. Hier sind sie jetzt frisch. Na mach doch mal. Ah. Die sind genau hier. Irgendwie da glitschen sie gerade. Hm. Nicht, dass wir durch die Decke dann irgendwann kommen. Dann ist schlecht. Da wollen wir rausrennen. Ja. Ach, die sind noch an der Außenwand. Klingt doch gut. Gaia. Oh, hast du Hunger? Ja. Geier über uns. Treffer. Ich sehe die nicht. Lebt er noch? Wah, der lebt noch. Hier. Hier liegt ja ein Bär. Warte mal. Warte mal erstmal. Einen Bananenpfand. Ne Moment. Der bringt ja gar nicht viel. Obwohl doch die... Ich hab doch doch. Ich hab Essen bei. Alles gut. Aber dir fehlt ja Wellness. Guck mal deine maximalen Lebenspunkte an. Guck mal deine maximalen Lebenspunkte an. Guck mal. Guck mal hier der Geier. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Unten waren wir noch nicht ganz fertig, ne? Eine Tür fehlt noch. Jo. Ja. Ja... Wie sah das komisch aus? Oh, ich hab Munition für mich gefunden. Hat er denn jetzt 10 Anbruchsbolzen? Egal. Okay. Wo bist du? Und noch? Wo hat er denn jetzt hier den Pfeil hingepackt? Da. Oh, kann hoch. War jetzt nur dieser kleine Raum. Hallo! Wie sitzt denn hier im Klo? Okay, Essensgäste. Okay. Okay. Dann hier ein Wand-Safe. Wand-Safe. Ist das hier der Oscar? Ah, okay. Okay, ich hab jetzt 2 Savers, die ich kurz mache. Hier ist auch einer. Ja, genau. Ich hab sonst noch nichts gelootet, außer diese... Außer die Bücherküste. Genau. So. Deswegen hinter den Dingerns ruhig gucken. Hinter den... Oh. Mm. ... ... ... ... ... Was haben wir hier? Hier geht es noch hoch. Irgendwie fühlt es sich ziemlich dreckig. Irgendwie zuppelt das so ein bisschen. Fangen wir hoch? Ich bin langsam überladen, aber das macht ja nichts. Wir können ja dann nach Hause fahren. Was? Hier dann. Oh Gott. So langsam zurück. Komm zurück. Lauf. Oh, die habe ich nicht scharf gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Verwendig. Hast du eine Tablet dabei? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Pause. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!